Mein Arbeitsalltag ist grundsätzlich sehr abwechslungsreich, einfach aufgrund der Fülle der Anfragen, die mich täglich erreichen und kein Tag ist wie der andere. Ich beantworte Kundentelefonate, bearbeite E-Mails, Schadenfälle, die reinkommen und suche natürlich nach den besten Versicherungslösungen für meine Kundinnen und Kunden. Mein Werdergang bei der Zürich begann vor vier Jahren, angefangen als Senior Backend Developer über eine Fachkarriere zum Software Lead Developer. Ich habe bei der Zürich Versicherung im Maklerservice begonnen und habe mich dann über die Jahre zum Underwriter weiterentwickelt. Ich bin 2020 gestartet und habe quasi die Ausbildung durchlaufen zu der Versicherungsberaterin, habe dann letztes Jahr im Herbst die Böv absolviert, dieses Jahr im April den Stock quasi übernommen. Ich habe flexible Arbeitszeiten bei der Zürich und je nach Position bzw. Vereinbarung mit der Führungskraft kann auch eine Homeoffice-Vereinbarung getroffen werden. Bei mir ist die Arbeitszeit Gleitzeit ohne Kernzeit. Das bedeutet, ich kann an einem Tag früher, an einem anderen Tag später anfangen. Ich kann auch mitten am Tag mir zum Beispiel freinehmen, wenn sich ein Termin nicht anders einplanen lässt und kann die Arbeitszeit dann später einarbeiten. Meine Work-Life-Balance ist total ausgeglichen. Ich bin sehr sportlich. Ich habe jetzt erst meinen Halbmarathon, meinen ersten, absolviert und es lässt sich einfach super toll mit den flexiblen Arbeitszeiten vereinbaren. Die Zusammenarbeit mit meinem Team funktioniert sehr gut. Wir sind alle per Do, bis in allen Hierarchie-Ebenen. Die direkte Zusammenarbeit ist in einem agilen Umfeld. Meine Führungskraft ist wirklich immer erreichbar für mich. Ja, wenn er mal gerade nicht kann, kommt sogar eine SMS-Retour. Ich rufe dich später dann zurück. Man kann wirklich jederzeit auf ihn zählen. Es wird wirklich das Miteinander gelebt. Wir haben den sogenannten Z-Spirit. Das ist der Teamgeist der Zürich und der zeigt sich eben unter anderem durch gemeinsame Aktivitäten wie Teamtage oder auch die jährlich stattfindenden Zürich Games, eine Sportveranstaltung. Es gibt sehr, sehr viele Team-Events bei der Zürich. Ich bin auch bei der Zürich Vital dabei. Da wird halt auch darauf geachtet, dass es in den Gesundheitsaspekt hineingeht. Also es gibt wirklich tolle Programme bei der Zürich. Am Wiener Standort haben wir normalerweise ein bis zwei größere Events. Das kann man gut nutzen, um sich mit anderen Kollegen und Kolleginnen zu vernetzen. Wir legen auch sehr viel Wert eben auf Offenheit und Inklusion. Wir haben eine eigene Diversity und Inclusion Beauftragte und haben viele interne Netzwerke zürichweit. Zum Beispiel das Women Innovation Network und die Pride Set Austria. Für mich ist der Kundenkontakt wahrscheinlich das Coolste an dem Job, weil wir doch direkt mit Kunden, aber auch mit Rechtsanwälten in meinem Fall zusammenarbeiten. Und ich finde, es ist einfach etwas sehr Schönes, wenn man jemandem weiterhelfen kann, der gerade vielleicht in einer schwierigen Situation gefangen ist und nicht weiter weiß. Am meisten Spaß macht mir unseren Außendienst, aber auch unseren Maklerpartner bei schwierigen Anfragen zu unterstützen.